Einsetze ich hier hin Vorsicht Aber ich habe hier jetzt auch noch ein paar gesetzt Gib mir mal ne... Hast du ne Redstone oder? Ja Wie viele Fackeln hast du? Drei Ok, dann gib mir mal Danke Ich verpiss mich mal Ich muss nicht drauf gehen Merk spreng Jetzt kommt ein bisschen Action-Instance-Play Ja, wenige drei- oder viermal sprengen Na klar Voll Dexion Voll Dexion So, Licht Ich habe noch fünf... Ich kann noch ein TNT machen Ich habe auch noch zwei TNT Ja, ich gehe noch mal kurz das machen Ich weiß jetzt nicht Und ich muss ihm mal ne Redstone fackeln Weil wir haben kein Eisen für ein Feuerzeug Sonst hätte ich natürlich ein Feuerzeug gemacht Das hält natürlich länger Als eine Redstone-Fackel Als ne Redstone-Fackel Doch Redstone-Fackel ist nach einer Explosion kaputt Du kannst sie doch weg Ja, vorher Ja, stimmt Oh, du hast sie jetzt die ganze Zeit durchgängig hier hingefallen Eine Eine So Das ist natürlich doof Das ist natürlich doof Okay, ich habe noch ein TNT Aber im Inneren sind wir eigentlich Relativ schnell fertig Ich will nochmal Wie tief geht das denn da? Okay Ja, das ist noch drei hoch Also wir müssen das ganze Ding noch drei tiefer bauen hier Hier, hier noch ein TNT Wohin? Hier vielleicht? In so nem Loch? Ne, das macht keinen Sinn Guck mal, da ist... Also auf der Höhe ist Dingens Wo soll wir hinsetzen? Erstmal ein bisschen noch wegbuddeln Würde ich sagen Dass wir hier schon mal ein bisschen noch wenig wegziehen Oh Gott, und das müssen wir ja gut Erde haben wie genug Ne, der Spitzverkehr ist gleich kaputt Ja, du hast ja keine Diener noch Das ist kaputt Hast du noch Eisen? Nein Das hätte ich doch vorhin schon Feuerzeug gemacht Ja, Feuerzeug habe ich noch rumfliegen In der Truhe Ich habe doch schon ein Neta-Portal gemacht Ja, und TNT? Jetzt? Äh... Also ich setze hier gerade noch eins So, warte Jetzt hier Warte, ich baue ein Stück rein Nee, nicht hier außen Ich wollte gerade sagen Ich baue ein Stück rein Das hätte ich Ja So, warte Dann machen wir Ne, warte Wir müssen jetzt erstmal von oben gucken Wie das Ganze hier aussieht jetzt gerade Weil so, würde ich sagen Bauen wir Bauen wir Das hier rein Ja, so meinte ich es jetzt nicht Egal Oh, cool Apfel Ja Ja Das war es, war Aber es hat schon mal ein bisschen was gebracht Ja, auf jeden Fall Acht Ja, ich bin selber Ja Ja, okay, Schaufel kaputt. So. Hast du vielleicht eine Schaufel für mich? Hast du gerade echt Eisen für unsere Schaufel, äh, für eine Schaufel genutzt? Ja. Oh, Junge, warum benutzt du einfach das Eisen für die Schaufel, Alter? Das ist so dumm, eine Schaufel brauchst du doch nicht aus Eisen machen. Ich weiß. Ja, was soll denn das dann? Nee, witzig ist das nicht. Hast du jetzt eine Spitzakur oder eine Schaufel? Äh, Spitzakur, nein, Schaufel, ja. Ja. Ich bin Schaufel, ja. Alter, ach Junge. Was? Wett abbauen. Habe ich schon ne Menge geschafft, Alter. Ja, ist schon wieder Nacht. Ja, egal. Lass dich da schlafen gehen. Sicher? Ja. Bleib nicht noch ne Nacht draußen. Ich seh gerade eben. So aussupertoll. Dann töten die Viecher nur unsere Tiere. Gut Morgen, lieber Tag. Gut Morgen, lieber Tag. Oh, nein, dieser Mitarbeiter. Ich hasse den. Ich habe den Chef auch schon gesagt, dass ich den nicht mag. Dass er den feuern soll. Ein Glück, wenn ich den Chef. Ah ja, stimmt. Wir gehören zu an der Server, ne? Ne, vor allem, du bist doch mein Holzfäller schon vergessen. Ja, stimmt. Warum mache ich hier Sand weg und arbeite mit Sprengstoff, wenn ich das gar nicht darf als Holzfäller? Ich habe keine, ich habe für Sprengstoff und Pyrotechnik. Du warst auch noch Fortbildung. Halt's Maul. Ja, gleich, ich bin jetzt allgemein, allgemein fachgebildete Handwerker, ne? Ja, vor allem, weil, ähm, Pyrotechnik auch voll das Handwerk ist. Ne. Nein, nein. Nein, weil du gesagt hast, du hast mich weitergebildet. Für Sand abbauen und so, ne? In der Schaufel. Ja. Und ich wollte nicht umgehen. Das hast du mir beigebracht. Wie ein Vater, den ich nie hatte. Ach ja. Ich werde gerade gerufen. Okay. Wicke so. Alter, jetzt musst du aber auch echt mal ein bisschen Wechsel rein. So. So. Übrigens wird so am meisten, äh, als Wort verwendet von uns Deutschen. Und meine Mutter ruft mich gerade. So. Aber nicht wieder. Ich muss das Fenster eben zumachen. Bin wir wieder da. Oh. Äh, meine Mutter war ja da eben hier. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich denke mal, wir nehmen jetzt auch schon eigentlich fast lang genug auf, oder? Oh, gut wäre es, wenn wir jetzt noch in etwa acht Minuten durchziehen. Ja. Dann wäre ich genau auf anderth-dreiviertelstunde. Und dann hätte ich sieben Folgen. Oh, oder hast du keinen Bock mehr einfach? Löwe, ich muss denn noch was machen, deswegen. Ich höre es. Wie du hörst das? Ach nee, das war mein Wecker. Ah, okay. Nee, okay, nee, äh, hier, ich hab'n Wecker, weil... Ja, der Wecker, ja, weil, weil du wahrscheinlich bist ein abends durchpennst, ne? Und du irgendwann auch noch mal aufstehen bist. Nein, 17.30 Uhr war gestern ja Livestream. Und da muss ich den vorbereiten. Oh, ich hab' keine Schaufel mehr. Hast du noch eine Schaufel? Hast du noch eine Schaufel? Ja. Gib mal eine her. Wenn du mich findest. Ich bin hinter dir, du dolly. Ja. Ja, danke, voll die Schaufel. Ist eine Schaufel. Ja, eine kaputte, du Witzbold. Ja, ich hab' die Heile. Ich hab' dir vier Schaufeln gegeben, Alter. Drei. Vier? Drei. Und selbst wenn nur drei. Aber die waren alle heile. Ja. Ich hab' ganz schön vier abgebaut. Die gingen ganz schön schnell kaputt. Langsam nimmt der Steinberg Gestalt an. So viel Terraforming habe ich auch noch nicht gemacht, ey. Ja, ist so. Ja, das heißt Terraforming. Das ist einfach nur ne... Wir müssen echt ohne Hilfe, wir müssen richtig viele Creeper töten und dann mega TNT, weil so kommen wir nicht weiter. Deswegen hab' ich ja eben auch gefragt, ob wir, äh, Dinge zu machen wollen, ob wir die Nacht überwacht bleiben wollen. Nee, Mann, ich muss immer um 8 ins Bett, sonst hab' ich Schlafstörungen. Hast du sowieso? Ja, ich hab' nur nie Schlafstörungen gehabt. Vor allem ich. Ey, ich mir fällt noch ein Thema ein. Ja? Puncto Schlafstörungen. Also mir ist aufgefallen, auch in meinem Bekanntenkreis, dass vor allem extrem viele Mädchen so krasse Schlafstörungen haben. Woran liegt das? Hast du einen Plan, woran das liegen könnte? Die sagen, ja, ich wache immer, ich geh erst um 2 ins Bett und wach dann ständig auf und kann nicht schlafen, bin ständig übermüdet. Das stimmt, das kenne ich auch von meiner eigenen Mutter sogar. Ich zum Beispiel hab' mega den tiefen Schlaf, ich schlafe extrem lange, ich schlafe tief, ich wache nie auf, ich hab' ne so ne genannte innere Uhr, das haben nicht viele Leute. Also ich wache immer zur richtigen Zeit auf, wenn ich abends sage, ich muss morgen früh raus, aus wegen nem Turnier oder so, sportmäßig, und ich sag' ich will um 4 Uhr wach sein, bis um 4 Uhr wach. Ja. Aber warum haben so viele Mädchen so krasses Schlafprobleme? Zumindest in meinem Bekanntenkreis. Man weiß es nicht. So, ich bin gerade auf die Idee gekommen, mal eine Dingensküste zu machen. Ja, ich hab' jetzt gerade wieder schon fast 4 Stacks. Ich mach' eine Erdpiste. Ja. Später kommen wir ja das ganze Meer mit Erde zustoffen. Oder wir können mal ein paar Löcher hier aufbessern oder wir sind Terrorfall machen, weil hier ist ja wirklich die Gegend, ist ja ziemlich zerbombt an einigen Stellen. Was? Ich sag' ja danke. Ja, ist so. Wir haben jetzt über ein Creeper in die Luft geflogen. Au! Ich weiß, ich bin auch tot. Digga, ich bin gleich tot. Ich muss vielleicht mal was essen, wenn ich auch regeneriere. Digga, ich bin gleich tot, Jungs. Digga, ich bin gleich tot, Jungs. Digga, ich bin gleich tot, Jungs. So, wo ist die Erdkiste? Äh, da neben mir, die komplett leere. Bist du denn? Hier, unten in meinem... ...dui-Ziel. Achso, okay. Ähm, wie lange haben wir jetzt noch Aufnahme? Weil wir ja gleich aufhören wollten. Äh, vier Minuten ungefähr. Okay. Ja, ungefähr. Ey, pass mal kurz weg. Okay. Du! Sorry, da bin ich durchs Mikrofon gekommen, glaube ich. So, hier auch zwei Schwarzpulver. Apfel, das brauche ich alles nicht. Das hier brauche ich auch im Moment nicht. Das auch nicht. So. Das hier kann ich noch melken. Das brauche ich gerade auch nicht. So. Das wiederum hochgehe ich. Und Holz wäre auch nicht schlecht. Allerlich. Komm. Machen wir mal eben. Gut. So. Und dann zu수령. Wir werden noch einige Schüsse brauchen. Äh, Schaufel. So. Nidada! Ich habe da jetzt eine Schaufelkiste gemacht. Da ist einmal ein Crafting Table neben, also direkt vor unserer Baustelle. Achso, Baustelle. Ja, da ist einmal ein Crafting Table neben und Stein in der Kiste und ein paar Stöcker. Und ein paar Schaufel sind da auch noch drin. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Hast du die da jetzt rausgenommen? Ja, ne? Ja, das ist die Großbaustelle. Ah, wir sind noch richtig gut vorangekommen. Ich habe schon mega viel geschafft. Das ist echt so. Ich hätte mal ein Screenshot machen müssen, Alter. Dann hätte ich... Ein Zeitraffer vom Abbau oder sowas. Ja. Nein, Spaß. Dann müsste mal eine dritte Person irgendwo da hinstellen, die die ganze Zeit sich dann nicht bewegt und zuguckt. Ja, mein PC zum Beispiel. Hätte ich meinen anderen dritten PC noch anmachen können. Hätte den da hingestellt. Beziehungsweise ich kann ja Crack-Kit-Launcher auch öffnen mit dem anderen Bildschirm. Mhm. So ist ja nicht. Geht ja ganz einfach. Soll ich das mal machen? Hier die letzten Erddinger? Äh, Steindinger noch? Oder eher nicht? Ja? Ja, mach mal. Dann kannst du das so ein Zeitraffer, wie du zusammenschneiden. Das heißt, zusammenschneiden. Dann kannst du einfach nur ne schnellerer, schnellerer, äh, abspielen, ne? Ja. Dann haben wir irgendeinem epischen Musik. Obwohl, ja, macht das nicht viel Sinn? Musst du nicht. Mein Problem ist halt auch, während der Aufnahme ist es natürlich grundsätzlich schwierig. Auch von der Performance her. So, ich bin hier jetzt schon am Stein abbauen. Beziehungsweise gerade am Sandstein und jetzt gleich am Sandstein, äh, am Stein abbauen. Ich hab keine Spitzerkennung auf die vor. Ich hab immer ein paar Steinschmerzen gemacht, ne? Wie hab ich das Gefühl, iTunes spack drum, ey, das sieht immer nur die gleichen Lieder aus. Mhm. iTunes sind einer der wenigen Programme, die gut sind für Wiedergabelisten. Und Venus Media Player kommt mir nicht in die Tüte. Ja, ich weiß, Venus Media Player. Ich weiß, aber ich hasse das. Oh, ich hab Eisen. Ja, geil. Wir können gleichzeitig Rohstoffe noch farben hier drunter. Alter, wie viel? Oh Junge, er rennt da jetzt mal rein, weißt du? Was ist er, ey? Ja, ist wahr, Alter. So bin ich ja aus dem Sinn. Geh weg da jetzt. Ich will in der Hauptbahn, du Idiote, noch auf ihn zu schlagen. Ja, das ist doch hinter dich. Mal was sagen, Alter, ich hab ein Schwertverbrennung zu lassen. Ja. Na, was? Nein. Vor allem für 1.70, doch. Ich muss das ja gar nicht ausfüllen. So. Was ist das? Mir ist das jetzt egal, ey. So, wie ist es mit der Aufnahmezeit? Sind wir jetzt? Ja, wir sind jetzt durch. Okay, wir sind am Ende. Wollen wir noch verabschieden? Ja. Session? Ja, könnten wir. Also, ich will hier jetzt eigentlich noch meinen Gang eben zu Ende bauen. Ja, machen wir eine Überlänge vor dir. Ja, können wir machen. Ja. Weil ich will, äh, ich will eigentlich, ja. Und wenn ich jetzt so angefangen will ich irgendwie fertig werden, ne? Ja, irgendwie schon. Aber wir können gleich auch noch. Das dauert halt zu lange. Ja. Für die nächste Session. Vielleicht bin ich noch ein bisschen, also hier ist noch ein bisschen wat und dann bin ich gleich auch tatsächlich durch. Also hier mit meinem kleinen Dings. So, ja am Rand baue ich den Sand ab. So. Also wie jetzt aussieht hier im Moment. Ah, ich hab noch ein ganz kurzes Thema. Ja, ich bin gespannt. Silvester. Ah, ja, okay. Das ist ein langes Konto, äh, langes Thema bei ihm. Wie findest du Silvester? Gut. Ich finde Silvester nicht gut. Ich finde Silvester nicht gut. Er gibt übrigens 90 Euro für... Mädchen. Mädchen finden Silvester nicht gut. Also einige. Deine Freunde auch? Ähm, sagen wir mal so. Sie hat nichts gegen Silvester. Sie findet Effekte schön, aber es ist ihr, so wie ihn meistens. Ich kenne eigentlich komplett, egal ob man Feuerwerk macht oder nicht. Ja gut, das ist ja wieder was anderes, aber wenn es gemacht wird, gibt es ja auch so Leute, die dann irgendwie weggehen, weil ich denke, das zu laut ist oder so. Ja, das sind dann die Opfer und die Kussens... Spielst du wieder mit dem Feuer, ey? Warum? Weil ich gerade irgendwie ein paar hunderttausend Leute in Deutschland beleidigt habe oder warum? Ja gut, so ist jetzt nicht, weil hunderttausend Leute werden das hier ganz bestimmt gucken. Ein paar Millionen? Ja, aber ich hab die auf jeden Fall beleidigt. Ob sie es gucken oder nicht. Ja gut, das stimmt auch wieder. Wird mega viel geschafft. Hier steht nur noch so eine Steinkonstruktion. Die war auch noch ordentlich höher. Ja meine, äh, Gias, äh, hat jetzt gleich auch durch. Ich baue gerade Kohle ab. das schön. Ich hab jetzt schon fast eisine Anne, Das hab ich gemerkt, ja jetzt hab ich eisATH LEVEL. Sehr gut. Ich würde sagen dann war's? Ja würde ich auch mal sagen. Das ist das schön. Gehen wir eben nur nach Hause beide? und dann kommen wir auch aber wir haben eine Menge geschafft also wir haben nochmal ich empfände es eigentlich ganz gut wenn man das nochmal zusammensetzt wir haben hier jetzt ein Arno der Mensch oder ich hab vor allem drei Herzen so wir haben Schweine gezüchtet wir haben wir haben unser Stall haben wir gemacht und da steht noch mal so ein fetter der war doppelt so hoch der Berg da fehlt jetzt nur so ein kleines Popel Ding wir haben den Berg also fast komplett abgebaut wir haben hier nen Weg gemacht ja und wir haben beide verkackt an Erfahrung an Erfahrung dazu gewonnen wir sagen tschüss für die Aufnahme für die Session tschüss und bis zum nächsten Mal tschau